In diesem Video möchte ich Dich bei Deinen ersten Schritten mit dem Microsoft Copilot etwas unterstützen. Möchtest Du den Microsoft Copilot nutzen, musst Du dazu auch den richtigen Browser verwenden. Du siehst hier ein Infofenster aus dem Safari Browser auf meinem Mac, dass eben der Copilot derzeit nur in den Browsern Microsoft Edge und auch Chrome unter Windows und auch macOS unterstützt wird. Möchtest Du den Copilot also nutzen, musst Du entweder Microsoft Edge oder Google Chrome verwenden. Ich wechsle daher einmal zu Microsoft Edge, da dies auch mein bevorzugter Browser ist. Ich habe Microsoft Edge nun geöffnet und bin auf der Seite copilot.microsoft.com. Hier öffnet sich nun der Microsoft Copilot. Eine zweite Möglichkeit den Copilot zu erreichen wäre über die Bing-Suche. Hier siehst Du im oberen Bereich einen Button Chat und klickst Du auf Chat, wirst Du weitergeleitet zu einer Seite, die ähnlich aussieht wie die Copilot-Seite, die ich Dir zuerst gezeigt habe. Ob Du nun also über Bing oder direkt über die Copilot-Webseite auf ihn zugreifst, macht keinen Unterschied. Eine dritte Möglichkeit, die aber nur Microsoft Edge bietet ist die Seitenleiste. Du siehst hier bei mir im rechten oberen Rand das Copilot-Symbol und klicke ich darauf, wird nun diese Seitenleiste angeheftet und ich kann direkt hier rechts immer auf den Copilot zugreifen. Egal für welche Möglichkeit Du Dich allerdings entscheidest, bei allen Möglichkeiten siehst Du einen Anmelde-Button. Du kannst den Copilot auch ohne Anmeldung nutzen, dann allerdings werden Deine Eingaben und Deine Abfragen an Microsoft weitergeleitet und dort für das Training der künstlichen Intelligenz verwendet. Meldest Du Dich allerdings an und Dein Benutzerkonto verfügt über eine gültige Lizenz, mit der Du den Copilot nutzen kannst, werden Deine Daten nicht an Microsoft gesendet. Daher werde ich im ersten Schritt mich nun mit meinem Schulkonto anmelden. Ich bin nun angemeldet, rechts oben sehe ich meine E-Mail-Adresse und daneben ein grünes Symbol auf dem geschützt steht, Ihre persönlichen und Unternehmensdaten sind in diesem Chat geschützt. Darauf werde ich auch über dem Eingabefenster noch einmal hingewiesen. Wenn wir uns nun die Oberfläche ansehen, fällt uns vielleicht auf, dass hier im mittleren Bereich der Unterhaltungsstil ausgewählt werden kann. Im höherem Maße kreativ, im höherem Maße ausgewogen oder im höheren Maße genau. Kreativ bedeutet, dass man sich auf ein originelles und fantasievolles Chat-Erlebnis einstellen kann. Das heißt, Antworten werden beispielsweise auch mit Emoji skaniert. Im höherem Maße genau bedeutet, dass man einen präzisen und unkomplizierten Chat erhält, der Wert auf Genauigkeit legt. Und in der Mitte haben wir noch in höherem Maße ausgewogen. Hier haben wir nun die goldene Mitte aus beiden und diese Auswahl ist eigentlich auch meine Standardauswahl. Diese Dinge, die ich soeben im Hauptfenster gezeigt habe, finden sich natürlich auch rechts in der Seitenleiste. Auch hier kann ich den Unterhaltungsstil auswählen. Im unteren Teil des Fensters findest du das Eingabefeld. Hier kannst du nun deine Fragen und Aufforderungen, auch Prompts genannt, an den Co-Pilot senden. Hast du eine Frage abgeschlossen und möchtest ein neues Thema mit dem Co-Pilot erarbeiten, würde ich dir empfehlen, auf dieses neue Thema-Symbol zu klicken, da ansonsten der Co-Pilot manchmal auch Bezug auf bereits gestellte Fragen nimmt und das zu Verwirrung führen kann. Im Eingabefenster findest du hier noch ein Bild-Einfügen-Symbol. Hier kannst du entweder ein Bild mit deiner Webcam aufnehmen oder ein Bild vom Computer hochladen, wenn das für deine Anfrage von Relevanz ist. Im rechten Bereich findest du noch den Button für das Mikrofon. Hier kannst du dem Co-Pilot deine Frage dann auch per Mikrofon diktieren. Ich stelle nun dem Co-Pilot meine erste Frage. Warum ist KI für den Schulunterricht relevant? Formuliere die Antwort leicht verständlich für SchülerInnen von 10 bis 14 Jahren. Diese Anfrage schicke ich nun ab. Und wie du siehst, nach einer kurzen Wartezeit bekommst du bereits die Antwort vom Co-Pilot. Ein großer Vorteil der aktuellen Generation von KI-Assistenten ist, dass dir auch Quellen und Links zu weiteren Informationen angegeben werden. Bist du mit der Antwort zufrieden, kannst du hier mit diesem Symbol dir die komplette Antwort kopieren oder mit dem Exportieren-Button die Antwort in ein Word-Dokument als PDF oder als Textdatei herunterladen. Möchtest du noch etwas spezifischer nachfragen oder passt dir etwas an der Antwort nicht, kannst du im Eingabefenster deine Frage noch verfeinern und auch beim Co-Pilot nachfragen, ob etwas noch genauer ausgeführt werden kann. Wenn du den Co-Pilot zum ersten Mal nutzt, bekommst du nach der ersten Anfrage auch dieses Fenster angezeigt, das ihre Organisation ihnen die Möglichkeit gegeben hat, Microsoft Co-Pilot mit kommerziellem Datenschutz zu verwenden. Sobald man hier auf Weiter klickt, stimmt man den Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung zu. Ich hoffe, dieses Video konnte dir bei deinen ersten Schritten mit dem Microsoft Co-Pilot helfen. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim weiteren Erforschen der Möglichkeiten.